Happy Halloween und herzlich Willkommen. Heute wird es wieder ein bisschen gruselig. Ja, ihr habt richtig gehört. Es wird heute ein bisschen gruselig, weil wir spielen Five Nights at Freddy's 4. Ja, mein meist gehasstes Horrorspiel auf meinem Kanal gab es ja schon ein paar mehr. Also gab es ja schon FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 und jetzt haben wir FNAF 4. Habe ich lange Zeit nicht gespielt, weil ich sträube mich tatsächlich sehr, dieses Spiel zu spielen. Allerdings, ja, morgen ist Halloween, morgen ist der 31. Oktober 2019 und das heißt, da werde ich ein bisschen was machen. Und deshalb, ihr seht es auch schon unten links in der Facecam, meine wunderbare Visage wird von einer Lampe angestrahlt, die von unten hier unter mir quasi steht, damit das Ambiente halt so ein bisschen ist. Und, ja, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut mit meinem Aufnahmeprogramm, so dass, ähm, ich die letzten 30 Minuten, die unglaublich waren, ähm, waren göttlich, leider verloren habe. Ich weiß nicht, was passiert ist, ich kann es mir denken, was ich falsch gemacht habe. Das heißt, ähm, ja, ich war leider derjenige, der es verbockt hat. Ähm, leider werdet ihr die letzten 30 Minuten nicht mehr sehen. Die waren unfassbar geil, kann ich euch sagen. Ähm, nicht nur vom Spiel her, sondern auch vom Schauen. Ähm, wie ihr, ja, ich werde euch am Ende die letzten 15 Minuten des Videos noch dranhängen. Das heißt, ähm, ihr werdet trotz alledem noch ein paar Ausschnitte sehen, wie ich kläcklich versucht habe, nach 3 zu schaffen, 11 nach 4. Hat nicht funktioniert. Ja, bisschen, bisschen traurig. Also, bisschen, bisschen traurig bin ich schon, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ich bin gut und mutig, dass wir es jetzt vielleicht schaffen, im nächsten Versuch. Hab ja noch mal 30 Minuten, haha. Und ohne viel rum zu quatschen, würde ich das Ganze her versuchen. Natürlich werde ich nicht reden während der Nacht. Werd ich jetzt so machen, während der Nacht werdet ihr fast keinen Ton von mir hören. Let's go! So, nach 3. Rechts. Ich hab zu früh gedrückt. Fängt ja schon mal gut an. Erster Tod. Weil ich zu früh gedrückt habe. Ihr habt sie wieder gehört. Und diesmal rechtzeitig. Auch ich bin manchmal doof. Rechts. Links war irgendwas. wieder links rechts rechts warum rechts rechts links 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 link links 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 link ähm, tue ich das jetzt Grüße gehen raus an Lea das ist meine Kollegin von der Arbeit also Grüße gehen raus an dich Grüße gehen raus an ähm, Sophie und ihren Mann leider, leider, leider habe ich vergessen, äh, wie dein Mann heißt ähm ja, kannst ja irgendwie mal, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ähm, spätestens im Dezember, wenn ich Urlaub habe, komme ich mal vorbei und, ähm, ja vielleicht ist da man auch dabei, auf jeden Fall Grüße gehen raus auch an dich Grüße gehen auch raus an, äh, Katja nicht an Katja Krasiewicz sondern an, ähm ja, an die Kollegin von Sophie, quasi ähm, sie hatte auch mal erwähnt ähm, sie sieht sich ja auch, wenn man YouTube-Videos so ein bisschen interessiert sie ist von nicht so, ähm, Gaming anbelangt, was Gaming betrifft, ist sie überhaupt nicht, äh, drin, aber man kann sie ja trotzdem mal grüßen, liebe Katja ähm, I miss you ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder spätestens, wenn ich Urlaub habe komme ich da vorbei Grüße gehen auch raus an den guten Travel Traffic Travel TV ähm, der mich öfter mal unterstützt und, ähm, ja mir tatsächlich auch öfters einfach mal Ratschläge gibt war übrigens sehr schön mit dir in Kassel ich war ja mal in Kassel, ich habe leider keinen Vlog dazu gemacht deshalb, ähm, kam da auch nichts ähm, ich glaube ich werde dazu auch nichts machen boah das war's ähm, boah in ja ja, zwei knapp zwei Stunden kommt das Video raus und wie gesagt äh, die letzten 15 Minuten des Videos sind eigentlich die 15 Minuten aus dem Drive vorher nur leider hat irgendwie mein Aufnahmeprogramm die Aufnahme zerschossen und somit, ähm beziehungsweise es hat gar nicht aufgenommen wie ich nachher ich habe einfach nur den Video Beweisassistenten ausgeschaltet und daran habe ich dann gemerkt ich kann es jetzt nochmal versuchen, ihn einzuschalten aber daran habe ich dann gemerkt dass, ähm das komplett zerschossen wurde ja, er lässt sich auch nicht einschalten also ich habe keine Ahnung, was da los ist ja, auf jeden Fall jumpen wir jetzt in den nächsten Versuch von der 3 es war gar nicht so schlecht ich glaube es war 3am ähm, ja ich glaube es war gar nicht so kack der Versuch ich würde einfach sagen bis dann ich glaube ich höre euch auch angenehmer wenn ich während der Nacht überhaupt nicht rede dass ich zumindest nicht hören kann was da los ist bis dann wo Und? Wo? Foxy? Foxy? Links! Oh Mann, genau in dem Moment nicht, nein! Oh, nein! Oh, ich habe ihn genau in dem Moment gehört, wo ich gedrückt habe. Dasselbe Problem wie im letzten Try. Oh Mann! Genau dasselbe Problem wie im letzten Try. Genau in dem Moment, als ich gedrückt habe, habe ich ihn gehört. Oh Mann! Ich kann nicht mehr. Es ist einfach so deprimierend, weißt du? Du ähm... Ja... Du bist drin im Spiel. Machst es eigentlich richtig gut. Und dann... Kommt so ein kleines Geräusch und... Ne? Da eine Konzentration. Und dann ist einfach Ende, weil... Du bist ja nicht aber der Sache. Was ich im letzten Try sehr oft hatte, war, dass Foxy ziemlich früh reinkam. Und dann ist sowieso alles vorbei. Weil du dann Schiss hast, dass Foxy dich tötet und alle anderen vergisst. Und dann gehst du an die Tür. Du triffst den einen. Gehst zurück und wirst endlich da von Foxy getötet. Oder du überhörst, dass gerade auf der anderen Seite was passiert, weil du an der Seite zu lang zum Nachschauen gebraucht hast. Und wirst dann von dem anderen getötet. Oder ähm... Ja, oder von dem Threadless im schlimmsten Fall hinter einem. Boah... Ich glaube, ich werde dieses Spiel auch nur bis zur fünften Nacht spielen. Weil ähm... Das geht nicht, ne. Übrigens, die andere Aufnahme fängt auch schon sehr geil an. Und zwar ähm... Werde ich direkt am Anfang, wo die Aufnahme anfängt, direkt von Foxy gejumpscared. Und ähm... Übelst lustig auf jeden Fall. Ich hab... Ja... Ich hab sehr lachen müssen. Die andere Aufnahme ging auch nur ähm... 39 Minuten oder so. Ich weiß nicht, wie viel man von der einen noch sieht. Also wie viel da drauf ist auf dem Tape. Wann... Also das waren die letzten 15 Minuten. Ihr könnt also davon ausgehen, dass noch nicht viel kam. Und ich hab viel kommt. Moment. Ja. Ja. Ähm... Ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass ich es immer wieder probieren möchte. Das Video wird an Cut hochgeladen. Das heißt, genau das, was ich sehe, seht ihr auch. Hättet ihr umdrehen damit ja abgelenkt. So. Wir hören uns dann später. Oder gleich. Je nachdem wie lange ich brauch. das ist gemein. Wo? Wo? Links. Komm, das ist jetzt unnötig. Das ist ein Wunderschön. 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 Links. 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 Das ist ein Wunderschön. Das ist ein Wunderschön. Links. Da. Rechts. Fick dich. Fack auf. Ach. Fick dich. Ach. Ach. Das war's. Es ist 2018, Leute. Ihr wisst nicht, wie sehr ich gerade leide. Das waren jetzt vier Minuten, glaube ich. Ich glaube, es war vor ERM mal wieder. Ich habe gedacht, ich hätte Foxy eigentlich nur unter Kontrolle. Das hätte der Run werden können. Alter. Seht ihr, wie ich zitter? Das war's mal kurz. Das ist... Ey. Ganz kurze Live-Aufnahme an den Traffic Travel TV. Das ist gerade, weil ich einen Cut gab, weil ich das wahrscheinlich gerade nicht reingeschnitten habe oder rausgeschnitten habe. Theoretisch reicht es jetzt für einen Versuch, wenn die Nacht klappt. Also, wenn ich das jetzt schaffe. Ich versuch's. Letzter Versuch. Und im Anschluss seht ihr dann die letzten 15 Minuten des anderen Videos. Ich bin am Arsch. Ich glaube, das wird jetzt nichts, weil ich einfach so fertig bin. Der Jumpscare eben. Ich weiß nicht, ob ich X10 habe. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich schaue bis nachher der Aufnahme selber an. Aber, ja. Ich spaß. Steht übrigens immer noch 2 zu 1 für Eintracht Frankfurt. 78. Minute. Mit Foxy habe ich echt ein Problem. Das war rechts. Was? Aber das war rechts. Das war rechts. Das war rechts. Gut. Links. Proxy. Rechts. Links. Oh, gut. Rechts. Links. Links, links. Rechts. Ach komm. Roxy, ich hab doch grad nach dir geschaut. Jedes Mal. Das ist hinter mir. Ready. Links. Schnauze, nein. Oh. 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 Links Muss reichen Rechts, 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 rechts Schicker, rechts Oha Nein, warum denn Schicker Oha Oha Links Rechts Hinter mir Rechts Links Links Yes! 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 Mein Herz! Jawohl! I hate you! Yes! Ey! Seht ihr wie ich zitter? Ey mein Herz explodiert gleich Yes! Fun with plush trap machen wir jetzt aber nicht mehr Now you have to get up Out this time but you have to hurry Yes, no don't you remember what you saw? The exit is the other way Hurry and leave Where is your plush toy? Mine is spring Bonnie My daddy says I have to be careful with him or I will pinch my finger Is the finger trap he says Oh Oh Jawoll Oh Oh my god also war das gar nicht so scheiße Dass mir die Aufnahme verloren gegangen ist Ich hänge es trotzdem Die letzten Fünfzehn Minuten hinten dran Oh Ja Be careful Oh 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 man Tomorrow is another day So meine Freunde Das Video endet Ich bin am Arsch Ähm Wir machen jetzt von das plush trap Machen wir doch noch Just davon Vielleicht jumpscapt mich plush trap ja auch Haha Es wärs ja noch Da würde ich heulen glaube ich Da weine ich glaube ich So 38 30 Ach komm 1 oder 3 30 30 18 Hört man die? Bah 12 Ja Schaffe ich aber nicht mehr Oha 1 1 Ah Schade Too bad Okay Meine Damen und Herren Das Video endet hier Nacht 4 Meine Freunde Wir haben es geschafft Das Halloween Special ist zu Ende Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hänge euch jetzt Die letzten 15 Minuten dran Also nicht jetzt Meine Damen und Herren Wir Wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn es wieder heißt Musstabverkeiter Um 590 Freddy's Ähm Lasst eine Bewertung da Kommentiert das Video Lasst ein Like da Abonniert meinen Kanal Wenn Du es noch nicht getan hast Und an dort Verlinke ich euch zwei Videos Hier Mein Uploadplan Und die nette Folge FNAF 4 Und jetzt kommen die letzten 15 Minuten Bis dahin Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal